Ich stelle euch jetzt ein Yamatami vor. Das ist die liebe Victoria. Victoria, geh mal ruhig hin, ich kann sie drücken. Und euer Fan des Tages ist Giuliano. Giuliano ist Italiener, würde ich jetzt mal sein. Er kann noch Italienisch, hat mir eben was beigebracht. Vier. Awww, ist das schön. Nochmal. Giuliano, wie sind denn die vier von Yamata? Wie findet sie die? Ich weiß nicht. Aber auch nicht mehr. Gut, nicht mehr. Also, ich ermöse euch mal. Gibt es eine Frage aus dem Publikum, die ihr schon immer mal von Yamatami wissen wollt? Dann wäre das jetzt eure Schau. Ah, da kommt eine Meldung. Warte mal. Hi, wie heißt du? Und was möchtest du von den Kindern wissen? Also eigentlich. Ach, vom Net möchtest du was wissen. Was denn? Wie alt bist du denn? Ich bin 11 Mal 20. 21. 22. Ja, aber dann fangen wir doch auch einmal durch. Wie alt ist das? 24. 22. 19. 23. 22. 23. 23. 25. 25. 25. 25. dreht ihr euch jetzt an Musik von den Vier? Nein! Das reicht jetzt. 26. Unsere Musik von den Vier? Gell, da müssen wir zumindest nichts von nur? Unsere Musik von den Vier muss ich auch mal hören? Lass uns das nochτηter. 24. Uh, across. Aber lasst mal das Publikum abstimmen. Wollt ihr noch eine Zugabe? Nein! Zugabe! 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 Dann verabschieden uns aber vorher noch mal ganz schnell von Giuliano und Victoria. Danke, dass ihr hier wart. Großen Applaus für unsere beiden süßen Leute! Und da muss ich so viel Treffer untergehen wollen! Das war was!